um hey leute wo es er hat nun hier herzlich willkommen zu meiner kleinen let's play reihe von der reising zu da ihr werdet das geben vermutlich nicht kennen bestimmt gibt es ein paar freaks und euch dies kennen es handelt sich um einen meiner meinung nach sehr gutes zombie spiel mit zombie spiel meine ich sowas wie dawn of dead also vergleichbar mit einem film ihr werdet mitten in eine handlung geschmissen und plötzlich sind überall zombies und ihr müsst das beste draus machen das gute an der ganzen sache ist dass man kann so ziemlich alles als waffe benutzen man kann waffen kombinieren und so weiter aber das werdet ihr alle sehen und ein kleines wort vorweg noch das spiel ist in deutschland nicht erschienen weil es ab 18 zensiert gewesen wäre und es macht natürlich keinen sinn zombie spiele zu zensieren dann sind es keine zombie spiele mehr deshalb hat der publisher cupcom entschieden es nicht rauszubringen in deutschland deshalb wieder alle unter 18 auf wiedersehen und wir machen einfach mal ein startgame ok auf die uhr geguckt das game enthält ziemlich viele ladescreens wie ich schon gesehen habe ich habe es mal kurz angezockt und am anfang auch ein bisschen geschichte deshalb nicht traurig sein im ersten video gibt es nur ein bisschen die geschichte und so aber im zweiten geht es dann gleich zur sache versprochen hier sehen wir tschak wir sind tschak hey hey you're on in two minutes mr green my name's chuck yeah yeah look i need you to sign this release form before you go out there oh and uh don't forget to include your next of kin her name is katie can you take her somewhere safe yeah i'll take her to the griefer go with the nice man king don't worry i won't be long i'll take her to the next one i'll take her to the next one oh 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 hey buddy i heard you lost your wife in vegas i guess you suck at killing zombies otherwise she'd still be around Ha 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 ha. Ha 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 ha. chicks Johnny took our us but tonight America we're going to get a little. . Oh yeah! Der Pim schlechthin. I've been poking these zombies all week, and man are they pissed. Our contestants are almost ready, so let's send them a little message. You gotta be willing to risk it all if you're ever, really, gonna... Ihr könnt euch wohl denken, was jetzt kommt, ne? Wir befinden uns in einer Gameshow. Und wir haben nur ein Ziel. So viele Zombies sind möglich zu töten. Oben links die Übersicht. Wir sind Chuck. Wir haben eine Minute Zeit. Oh yeah! Das ist doch mal ein Spiel, das Spaß macht. Und zwar von der ersten Sekunde an. Wie jetzt dieser Bastard ist vor uns. Da läuft ja was gewaltig schief. Müssen wir mal eine gerade Bahn hinkriegen. Was ihr da übrigens seht, die stellen immer wieder frische Zombies hin. Diese Blöcke, die da vom Himmel kommen. Oh Gott! Schnell, noch eine Runde. Oh, fast 15.000. Aber immerhin Erster. Wir zeigen euch ein bisschen Liebe für einen Winner heute Abend. Er ist ein Heroin. Er ist ein Survivor. Er ist Chuck Green. Er ist Chuck Green! Und jetzt hat er zurückgebracht. Das große Geld. Er ist ein Ich war mir um einen besseren Runde von dir, Chuck. Aber vielleicht nicht wissen wie es zu handeln, wenn es geht. Aber wir haben uns angefangen, Leute. Die Bahnhof ist gerade begonnen. So right now, let me hear you, make some noise! Oh yeah, I've got checked. Cure is in the news again. The protest group has shown up in the adult playground of Fortune City, which was chosen as the site of the latest installment of the pay-per-view game show, Terror is Reality. The protest just compounds the problems of the game show, which has been plagued recently by tumbling readings and controversy. Cure was on the site of the show to display their opposition to what they call the unethical treatment of zombies. Stacy Forsyth, the leader of the independent branch of Cure, had this to say... Let our government know, we will not stand for their systematic neglect to be affected. We must take direct action now! Cure was on the group's views, which have sometimes seen as radical. This is Joe Graydon, why would you want to save those things? Stay tuned, coming around to the break, we go out by the response. Oh man, es gibt also echt eine Gruppe, die sich für Zombies einsetzt. I lost my family with a man. I'd rather just have them back. Hey, do you know where the green roads are? Yeah, take the elevator up the floor, and then straight down the hallway. You can't miss it. Ja, und das weiß ich schon alles. So. Bekommen wir erstmal unser Preisgeld. Und jetzt suchen wir unsere Tochter Katie. Um zu speichern, muss man auf die Toilette gehen und pissen. Das machen wir jetzt gerade mal. Nur für den Fall der Fehler. Und dann gehen wir wieder raus hier. Hi Amber, du geiles Stück. Oh Leak. Hä? Hallo? Wer hat das geschrieben? Hallo? Wer hat das geschrieben? Also? What's this? He? He? The ladies were a little disappointed in your... performance tonight Chuck. But you must get that a lot. Hi ladies. Good night, ladies. Und ciao. Sombrax, extended care, 24 hours. Sombrax, eine Medizin, eine Creme oder was auch immer. Die später noch einen wichtigen Verlauf oder einen wichtigen Einfluss haben wird auf das Spiel. Und da ist wohl etwas explodiert. Und etwas passiert. Oh Gott, oh Gott, sie hat mich. Sie hat mich. Ah! Ah! Oh no. Und es passiert schon wieder. Find Katie. Erstmal brauchen wir eine Waffe. Baseballschläger. Ah! Sean is dead. Lasst Alice in Ruhe, ihr Schweine. Oh nein! Jetzt habe ich Alice getötet. Shit happens. Drake is dead. Gott. Jenny is dead. Oh nein, hier sind ja noch mehr. Oh nein, du bist ja ein Agro-Zombie. Stuhl! Wir können auch den Stuhl nehmen. Ah! Oh, jetzt ist er schon kaputt. Das ging ja schnell. Weg mit euch! Lasst mich in Frieden. Dem Pfeil nach und Katie finden. Oh Gott, sind es viele! Schild! Ah! Weg von mir! Bastards! Ah! Ah! Da! Green Room! Weg! Bahn frei! Und da, die Weapon of Choice, meine Freunde. Ah! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Carnage! Oh, bam! Oh nein! Katie! Katie! Wer hat der Mann schon unsere Katie? Nein, doch nicht. Nur ein random Dude. Oh, Katie! Oh, Katie! Katie, Katie, listen to me. You need to stay calm, okay? We need to get out of here. Just hang on tight. Oh! Okay, Katie herausbringen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, dieses Spiel hat eine Atmosphäre, die ist einfach Wahnsinn. Man fühlt sich wirklich wie in so einem Zombie-Film. Irwin, du musst leider dran glauben. Du bist mein Opfer. Ich muss jetzt meine Tochter herausbringen. Escape the Arena. Oh, weg von euch, Bastards. Jeremiah ist dead. Ja, das hübt mich jetzt nicht weg mit dir, du Fettsack. Oh mein Gott. Oh fucking hell. Nein, 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 weg von mir. Oh Gott, raus hier. Oh no, not again. Oh yes. Again. Die Fettsack hat es nicht geschafft. Lauf Fettsack. O Gott, die Kittier. Die Fettsack hat es nicht geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. We're gonna have to take our chances in there, kiddo. It's gonna be okay now, Katie. I can't get a signal. Why? Why can't I get a signal? She was looking right at me in the hatter, and I couldn't do anything. She went down without a sound, and I, I had to get out of there. I just ran the floor. Hallo, alter Mann. Whoa, whoa, whoa. Hold on a second, son. Listen, it's an existing condition, right? It's okay. It happened a long time ago. It's only a matter of time before she turns. Hey, don't worry. I've got some, Rex. Yeah, well, you better have a lot, because there ain't nothing here, and the rescue ain't coming for three days. Three days. Yeah, the reserves will already be mobilizing. But their first priority is to quarantine the city, and that takes time. They'll enter the city at first light three days from now. That's the standard procedure. So we're stuck here. There's a couch in the security room. Why don't you take her in there? It's quieter. Thanks. Oh, was war denn das am Schluss? Der nette Hintern. We don't have any, though, but we don't know. I was going to get some right after the show. We still have time. Where are you going to get it, Dad? You let me worry about that, okay, kiddo? I know where you can get some. How long have you been listening? Don't worry. I won't say anything. There's a pharmacy in the Loyal Flush Mall. I'm a space and water site. I'm Chuck. This is Katie. No, but if you find one, I suggest you take this. That way we can keep in touch. There's closed circuit cameras all over the city. These monitors are playback only. But I'll keep an eye on them. Chuck? If you find anyone alive out there... I'll do what I can. Keep an eye on my daughter, okay? Okay. Okay. So, also. Das Militär kommt in drei Tagen an. Wir haben eine Uhr, auf der wir die Zeit verfolgen können. Und wir brauchen erstmal eine Zombrex für unsere kleine Tochter Katie, da sie sich sonst in einen Zombie verwandelt, da sie früher schon mal gewissen wurde. Und diese Zombrex braucht sie alle 24 Stunden. Das heißt, 72 Stunden, drei Tage. Das heißt, wir müssen alle drei Tage hier mindestens einen Zombrex, also jeden Tag, dreimal einen Zombrex ranschaffen. Und wir haben ein Handy. Es gibt einen Co-op-Modus. Das heißt, jederzeit könnte jemand hier ins Spiel dazukommen. Und man kann hier eben auch zusammen in der Stadt rumlaufen und alles. So. Mabin's Transceiver acquired. Wir sehen rechts das Ziel. Find Katie Zombrex. Da ist ein Timer unten dran, der läuft ab. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Der Sullivan haben wir ja schon kennengelernt. Und was ich jetzt als erstes aber suche... Ah ja, genau, hier gibt es noch mehr Waffen. Was habe ich denn noch? Nehmen wir mal die Feuerachst mit. Man kann hier wirklich alles als Waffe benutzen. Den Feuerlöscher, die Box. Tamara, Saale. Restrooms. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Und save. Yes. Okay. Ich denke, wir machen jetzt einfach ein kurzer Cut, weil es ja schon ziemlich lang ging. Die ganze Story und alles. Und jetzt geht's dann los. Wir haben unsere erste Quest. Und wir sehen uns wieder. Wie immer könnt ihr mich gerne abonnieren. Auf YouTube, Facebook, Twitter. Alles steht unten in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.